Die Kunden kommen zu uns mit einer Idee und wir verwirklichen praktisch die Idee bis hin zur Serienreife. Die Anforderungen, die wir als Firma Wehl und Partner uns stellen müssen, sind einmal die hohe Präzision, genauso aber auch die Lieferzeiten einhalten zu können. Mein Name ist Robert Wehl, ich bin Geschäftsführer der Firma Wehl und Partner Musstum Prototypen GmbH. Wir stellen Musstum Prototypen-Teile her, begonnen mit einem 3D-Druckteil zu einem aus Kunststoffteilen wie auch Metallteile. Wir haben vom DMG Mobi im Prinzip angefangen vom 3D-Druck über Drehfräszentren, über Fünfachsfräszentren mit Automation eigentlich alles im Haus. Mein Name ist Alexander Wehl, ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Firma Wehl und Partner. Heute muss eigentlich im ersten Schuss alles sitzen, das heißt man muss schnell seriennahe Teile produzieren. Wir kriegen im Anfang 3D-Daten, prüfen auf Machbarkeit und fertigen dann im ersten Step Fräsmuster und bauen im zweiten Step Werkzeuge für den Spitzguss. Die DMU 75 Monoblock ist für uns eine ideale Maschine. Zu einem haben wir die richtige Bauteilgröße, zum anderen ist es eine sehr stabile Maschine, um präzisionsgenaue Bauteile herstellen zu können. Kontakt zu DMG Mobi ist freundschaftlich, partnerschaftlich wirklich, also wir sind sehr zufrieden. Es gibt direkte Ansprechpartner, was sehr wichtig ist für uns und wirklich eine sehr gute Partnerschaft. Das Verhältnis ist sehr gut, ja. Die Vorteile von PHZ Twin sind dahin, dass wir sehr kompakter Bauraum haben, riesen Palettenspeicher, einfache Bedienung, sind riesen Vorteile. Passt sehr gut zu uns in unser Produktportfolio und bringt einen riesen Vorteil, weil wir mannlos in die Nacht mit einarbeiten können und zudem auch das Wochenende mit nutzen können. Wählen Partner, wir sich weiterentwickeln und wir sehen in DMG Mori auch einen Partner, wo uns speziell eine CNC-Fertigung uns da weiterbringen kann. DMG Mobi Maschinen stehen für uns eigentlich an erster Stelle, weil das ist unser Kapital, was wir im Prinzip in der Firma haben. DMG Mobi ist für uns ein sehr starker Partner.